Hey, hallo, es ist euch jetzt willkommen zurück zu Tales of Arise. Wir haben Suslonia, die Hauptstadt, erreicht, auf der Suche nach Zephyr, der sich freiwillig mehr oder weniger gestellt hatte. Und ja, wir versuchen ihn zu retten, haben dabei seinen Sohn, Law, jetzt hier angetroffen. Und er ist mir nicht hundertprozentig sicher, wo sein Vater jetzt sich genau befindet, aber wir haben herausgefunden, dass er scheinbar öffentlich hingerichtet werden soll. Und das ist natürlich übel. Und dementsprechend, wenn ich hier durchdürfte, beziehungsweise wir könnten ja mal gucken, kann ich mich hier teleportieren? Denn wir sind ja hier und wir müssen Silversword Hideout. Okay, das ist das Nächstbeste. Wir werden in der Plaza, in front of the Snake Eyes' headquarters. Und bald. Sie gehen? Ich habe nie gesehen, dass sie so schnell gehen können. Sie müssen glauben, dass er eine grave Gefahr ist. Wir müssen ihn wegzunehmen. Wir können wirklich nutzen, deine Hilfe. Es wird nicht einfach sein, aber ich bin sicher, dass wir etwas denken. Wenn sie es in der Plaza befinden müssen, dann wird es ein Anbieter geben geben geben. Das heißt, wenn wir... ... 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 I'll send word later. Now get going already! So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Danon sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route, so it should be. Are you sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way from Menek and the others when they follow. Let's go! Enemies show up the moment we do. Are we the reason for it? We can puzzle over it later. We gotta run! Yeah, that's genau the question I wanted to ask. Are you serious about it? So, Underground Passage. That's good. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this around Sysloden? And it doesn't seem like the Snake Eyes used them to get around without being detected either. Yeah, they don't look like ruins. Do you have any idea, Rinwell? These passages are sewers. They're underground so the water doesn't freeze, but they're not really unusual in big cities like this one. Really? Is there nothing like these back in Calaglia? Not as far as I know. In Calaglia anything they wanted to get rid of, like waste or garbage, was simply burned. Including the bodies of dead slaves. I'm not sure why they did that. Maybe it was another way of getting astral energy out of them. Sorry, that took a dark turn, didn't it? The area up ahead is crawling with enemies. If you need to stick up on anything, now is the time. Na, then tell me. Irgendwas Interessantes. Irgendwas Neues. Na, theoretisch das eine Ding, aber dafür bin ich nicht mehr bereit Geld auszugeben. Forge Reapons, irgendwas Neues? Nope. Wir haben auch weiterhin nicht die Materialien, denn ich habe in der Zwischenzeit nichts diesbezüglich gemacht. Okay. Dann rennen wir mal hier rein, gucken was passiert. Oha, ist jetzt ein Zoo hier. Das Ding ist über to cast an Astral Art. I will end it. I can stop it in no problem. Oh, diese Super Mario Sunshine Wave Race-dinger, das ist ein Gegner. So, Rinwood's boost attack. Magic Council. Ah ja. Attacks an enemy with a special art that disrupts Astral Energy. If the enemy is hit with it, while casting an art, they will be downed and Rinwell can steal the spell and charge it, leaving them unable to use it again for a while. Also im Endeffekt, wir schon gehört haben, oh jetzt muss ich das mal testen. Wenn du nicht ausstattest, lass mich wissen! Will do. Aufstattest! Anstattest. Anstattest! 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 Confiscated! Das funktioniert, sehr gut. Ich war mir nicht sicher, ob man den Spitze anvisieren muss, derjenige, der castet, aber ich glaube, das macht sie von alleine. If you see an enemy about to cast an art, or a astral art, that's the cue to deploy Rinwell. If you can hit the enemy with her boost attack as they're casting their spell, she will steal it and be able to use it for herself later. wenn wir die gleiche beschreibung woanders formuliert ok Ich bin unverwundbar, glaube ich. Ich wundere, ob wir neue Wehpungen mit diesem machen können. So, hier werden wir ganz klar auf die Astro-Crystals warten. Also nur du kriegst eine neue Waffe. Mein Glückwunsch. So, ebenfalls Don't Die Out. Ja, gute Idee. Wir wollen Ars gucken. Mit was habe ich das bekommen gehabt? Double Demon Fang. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht Sword Rain war, sondern eher Lightning Trust. Pizer Pair of Shockwaves. Ähm, ja, das Wichtige ist natürlich, kannst du da zum Beispiel bei den ersten Tates spielen, wo das Ganze dann MP gekostet hat, kostet es jetzt hier A, G. Da hat die Frage, ob es das wert ist, zwei von denen da reinzubauen. Ich mach's einfach mal. Ich bin beeindruckt, wie gut balancet das Ding ist. Also, ich habe keine Lust, gegen Ropers zu kämpfen. Bis wenn da gerade Zeug ist. Kann ich von mir aus ein anderem Mal mitnehmen. Hier ist nämlich genug Zeug. So, dann, wenn wir hier eh schon sind. Okay, da unten geht's nicht lang. Da ist eine Map Action. Wir sollen da ganz nach oben. Das geht eigentlich. Oh, great. Damit hat er gerade es geschafft, nicht von dem Insta-Kill getroffen zu werden oder besiegt zu werden. Oh, Mensch. Astral-Energie! Sag noch mehr! Die Astral-Energie war unglaublich. Ich gab es alles, was ich hatte. Und zwar eine Sache, die relativ ruhig ist, meines Erachtens. Wenn man das Spiel selber spielt. Man konzentriert sich aufs Kämpfen. Wenn man jedoch sich das Video, oder in dem Fall ich, wo ich mir das Video angeguckt habe, es fällt einem super schnell auf, wenn man, wie gesagt, gerade eben nicht selber dann das Ganze machen muss, wie aggressiv die Voice-Overs sind. Er wird konstant gelabert. Das geht im Kampf einfach runter. No, da ist jemand. Das ist also die Map Action wieder. die scheinbar halbwegs hilfreich ist und zwar am double die man fängt scheint den instant killback relativ gut zu füllen und dann eine rolle durchzuführen führt dazu dass man glaube ich seine combo schneller wieder einsetzen kann nur so i try to get away from the snake eyes only to get attacked by the zoo girls i will give you this if promise not to turn me in please so und jetzt nicht mehr allzu viel weiter also ja das war mir klar oder relativ viele von den fünf die schießen genau dorthin wo man sich befindet alle ein bisschen schaden genommen hat sich das gelohnt und nix cloak the jewels are set to change color die frage ist es etwas was auf und ob tragen darf es ist überhaupt könnte sein dass es einfach genau das ist was ich schon trägt so mehr von den spaßvögel so sofort vergiftet worden ja sehr gut der break war vor allem noch mal wichtig wo denn ich will zeug immer her damit okay ja ich sehe euch die frage ist was habe ich davon darunter zu gehen das wird es einfach nur falls wir den sprung nicht gebacken bekommt okay dann nur zu der hat mich sofort angesprochen hat mich mal richtig gesehen also diesen bisher überraschend unangenehm als gegner jetzt das ist echt schwer zu sehen gerade bei diesen ganzen effekten mit zwei mehr oder weniger magern wer hier basst genau was da unten los ich glaube da werde ich mich mal ganz kurz nicht rein stürzen denn das sind ein paar zu viel was wir maximal machen könnten gucken ob das die irgendwie anlockt schade leider nicht hätten wir ihn zwei geteilt dann wäre es vermutlich in ordnung so ist hier vielleicht ein apple gel drin ist peach besser oder eine kombination von den beiden 1200 das ist eine menge das ist nur einfach mal eins vielleicht kommen wir gleich wieder auf eine heilstation oder ähnliches aber das soll egal sein ich hoffe mal was auch immer die eine von den dinge die unten habe ich mitbekommen aber keine chance zu mir hinzukommen das gute ist wir haben all das wichtige zeug bekommen das hat hier schon wieder jemand okay da wird also gleich was passieren dann lass uns das clever aufbauen erst die besiegen heute Sweet. Denn ich werde sicher nicht von einer Krieg weglaufen. Was ich ernsthaft machen sollte. Ja. Man könnte überlegen, grundlegend eine bessere Sache zu bekommen. Damit sie nochmal einen kleinen Ticken stärker ist zu was auch immer dann gleichkommt. Ah, nö. Zu faul. So, Lady Luck is a woman. Irgendwas, irgendwas. Yes. Tachi Tachi. Schick. Ich bleibe immer noch dabei. Wir haben jetzt einer Person geholfen. Ihr 19 CP hat es gekostet, um sie zu heilen. Und... Sonst haben wir eigentlich kaum uns heilen müssen. Vielleicht wird es irgendwann später noch schlimmer. Aber gerade mit diesen extra hier Mystery-Touch-Dingern ist es eigentlich fast witzfrei, dass das überhaupt was kostet. So, Sicherheitshalber mal gespeichert. Man weiß nicht, ob jetzt schon was kommt. Ja. Oh, die Zunge ist so. Ja, das sagst du so. Oh oh. Oh oh. Das könnte ein Problem werden, wenn der sich nur auf die Caster konzentriert. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schaden bekommen. Okay. Bleib still! Here I come! Here I come! Here I come! Here I come, Andy! Here I come! Ei, 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 ei. Okay. Alles gut. Okay. Lightning Attacks sind gut. Hab ich irgendwas? Lightning? Lightning Trust. Sonst noch irgendwas? Lightning Trust. Jetzt ist die Frage, ob es sich zum Beispiel lohnt. Oh, ich kann zum Beispiel jetzt keine Punkte ausgeben. Oh, nice. Ich habe sogar geschafft, davon wegzukommen. Oh, Stunt auch noch dazu. Okay, der ist so ein bisschen übel. Ja, wir haben nur noch live Bottles. Dann wird noch ein knackiger Kampf. Ich war bereit, wegzuziehen, aber das Ding hatte dann auf einmal doch schneller reagiert, als ich dachte. Okay. Ja, ich versuche. Okay, die halten zum Glück nicht uneiniglich schön aus. So, wie sieht es aus mit den anderen, wenn ich fragen darf? Wann sind da noch welche? Ja, da sind noch einige. Oh. Ja, hilf mir mal. Ich bin nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Hier ist ein Healung Arkt. Lightning Trust. Oh, danke. Ich bin nicht in deinem geheimnis. Keine Erklärung. Hier ist ein Healung Arkt. Light an. Okay, gut gut gut. Jetzt sind wir. Jetzt ist es wirklich. Ich gehe es auf. Ich gehe es auf. Ich gehe es auf. Ich gehe das auf. Ich gehe es auf. Ich gehe das auf. Ich gehe das auf. Oh, ich war noch nicht wieder am Angreifen. Der Mund offen hatte den Eindruck gegeben, als wenn. Oh, was dachte ich denn? Warte mal. Oh, weil du guckst irgendwo hin. Ei, 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 ei. Und Gift und Wasser und Co. So viel Zeug hier. Oh, ist da noch einer? Da ist noch einer. Oh, oh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe vergessen, wie ich Ziele um... Wie, so, da ist noch so viele von denen. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Oh boy, oh boy, oh boy, ich kann nicht mich bewegen. Weiche der... Das richtige Richtung. Ja, ich könnte nicht gebrauchen. No, no. Boah, sie ist auch vor allem vergiftet. Ich kann mich nicht selber heim oder wiederbeleben lassen. Oh, wir haben keine... Keine CP mehr. Wie gesagt, also ich denke, der Gegner ist nicht wirklich stark in dem Fall, sondern das große Problem ist schlichtweg einfach die Anzahl an Sachen, die passieren können. Oh, wir haben schon wieder keine RP mehr. Oh Gott, ich bin schon wunderschöne Tod. Oh Gott. Ist so schwer, was zu machen, ohne dabei konstant umzukippen. Oh, super, ich habe mich drauf gesprungen, während ich am Angreifen war. Okay, mehr CP. Okay. Okay, danke schön. Nope, schon wieder reingehen. Wie ist es denn bitte immer noch am Regen? Oh, boi. Oh, boi. Krampf. Okay, ich habe so ungefähr 700 Mal in dem Kampf einsetzen dürfen. So, Swallows of Light, a cross-strike with a wind blade, the center enemy flying. Also gut, keine Punkte, um anderes was hier was machen zu können mit Air Jump. Oh. Oh. Come on, let's hurry. Wow. Einige Mega-Kurs. Oh, und dann hoffen wir einfach mal, also sie speichert sich jetzt aber nochmal. Hoffen wir auf jeden Fall, dass nicht gleich noch ein weiterer Kampf kommt. Okay. Okay. Okay, erstmal sind wir einfach nur da draußen. See how things look around. Okay. 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 Bregen? What are you doing here? When I heard the Snake Eyes had attacked, I figured you'd probably be headed this way sooner or later. Come on. It won't be long before they sniff us out. We need to find safer ground. What about the others we left behind? Menek can handle himself. Have a little faith. Come on, follow me. Okay. We're both invents. Irgendwo. Nicht viel sagend. Okay, wir gehen jetzt zu dem einen Ort. Aber vorher haben wir jetzt hier die Möglichkeit. Ich höre eine Sprache. Niemand fragt mich für Hilfe. Du hörst eine Sprache? Hoffentlich ist es nichts, das zu schwer zu tun wird. Ist etwas falsch? Ja, du kannst das sagen. Du kennst das, das hidden Passage, das verbautet mit Gliss... ...Gliss... 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 Warum? Denkst du, um zu helfen? Ich weiß, es ist viel zu fragen, aber es ist okay. Wir werden es umgehen. Es ist nicht etwas, das wir nicht umgehen können. Danke, ich schuld euch alle viel Zeit. Warte mal, es gibt viele Zuggles, die da draußen sind. Befeat die Roper nahe der Entrance. Abandone Passage. Ist das ein Fanzo? Wenn wir nur wo er war, könnten wir... Hey! Ihr solltet das sehen! ...fand guilty of all charges. Der Kalaglian Dissident wird fortwitzt be executed in witness of His Excellency, Lord Gannabe. Clause 2 des Special Curfew Act wurde initiiert, mit effektive effect throughout den Raum. All Dannins nicht involviert in Special Duties oder Corrective Labor müssen in der Nähe des Unternehmens und beobachten die Ausgabe. All Dissident verabschieden. Any citizens found in breach of this protocol will be arrested as dissidents. This is a direct order. Repeat, this is a public announcement. You think they're talking about your friend? But I thought... But Lost said... I thought we had days, not hours. Looks like it's been brought forward. Just hold on! Where do you think you're going? We don't even have a plan yet! Screw the damn plan! If we don't leave now, Zephyr's going to be murdered! Alphen! We've gotta go! The clock's ticking! We've all gotta go some way, I guess. We'll join up with you afterwards. We might be able to create a diversion. Good idea. Let's go. We have to get to the plaza. What's going on? Why did the execution get moved up? Calm down. We don't know enough to say what's going on here. We've got no way of knowing what happened to Manik and the others. Damn it! Hey! Zephyr and the others will be okay, right? Let's just get to the plaza and fast! Zephyr wird demnächst mit hingerichtet, Mädel. Hätte das vielleicht aufpassen sollen. So, aber vorher müssen wir uns ganz kurz mal heilen. Ähm... Vier Minuten. More dropped item S. Also S für Smallsteen? Also wenig. Dementsprechend ich am liebsten eben eigentlich das hier. Weil ich weiß, dass halt... ...zwar mehr genutzt wird davon den Materialien, aber es auch für länger hält. All done. Komm and eat. Be careful, when times are urgent, it's even more important that you stay on top of your house. Yes. So, die große Frage ist... No. In der Situation kann ich mich einfach teleportieren. Nachvollziehbar. Aber... Trotzdem. So, die große Frage ist... Fountain... Sandrow. Und von dort dahin. Okay. War das unten? Ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob die den wirklich hinrichten. Wie er im Endeffekt Schion ja schon so ein bisschen gesagt hat... Dann läuft alles so ein bisschen zu perfekt ab. Klar, das eine muss jetzt hier nicht mit der anderen Situation unbedingt zusammenhängen. Aber... Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass da trotzdem so ein gewisser Plan dahinter ist. Was? Es muss vorher gut nur sein, ob wir da einfach reinmarschieren können. Is the execution in there? Hey, you lot! Crosspassers! Think the curfew doesn't apply to you, huh? Uh oh. Now what? Doesn't seem like there's any other way in. I say we fight our way through. Wait! I recognize them. They were with the dissident. No choice then. Look sharp everyone! The Zephyr's still okay, isn't he? The sooner we take care of these guys, the sooner we can rescue them. If you have time to talk, maybe you could focus on the task at hand? How about you stop telling us what to do? Hey! 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 die dinge entfernt ja die wand ist man nicht so stark der system ender ist ganz und attention citizens subjects and slaves of syslodia i lord ganabelt Valkyris, diese Procedungen zu eröffnen. Behold! Der Brazen Worm, der würde die Frieden und Ordnung von unserer Städte beurteilen. Als ob seine Scheme nicht genug ist, er dann machte die Fehler, dass er es könnte, dass er es entdeckte. Gehe, Danans, und schraue diesen Edicht in deine Säulen. Such fool's right to life in Ciclodea shall be forfeit. Now, Embedded, you should listen carefully. Before my final verdict, I am prepared to offer you an unprecedented chance at mercy. Where are your comrades? Give them up before those assembled, and I shall spare you your life. Fine time I have. If you're so tremendously determined to suffer for the sake of your allies, then I will see to it that you do. Well? Feeling the urge to tell everyone yet? Just what... do you want me to say? First, tell the people about the mistakes you made. Then, the whereabouts of your friends. Mistakes, huh? Where to start? I've made so many in my life that I've lost count. All my life I've had to fight, but I have known nothing but loss. I was so caught up in the struggle to survive in this world, that I ended up neglecting my own family. I have lost so many good friends. I even lost my wife and my son. I'll never be able to fix these mistakes. Not a single one. It sounds to me as if the greatest mistake of your life was never learning to stay down when you were beaten. A good man once told me if I take up this fight, I'd have to pay a price. Turns out he was right. After all, the very people and things I was fighting to protect the most were payment. I don't regret keeping up the fight for a second. But still, not a single day goes by when I do not think about what I have lost. Not telling others how much they truly meant to me before it was too late. That is your answer. That's the greatest mistake of my life. Do yourselves a favor and never become like me. Don't continue to make the same mistakes until it's too late to fix them. Ask yourself what it is you couldn't bear to lose. What do you want to protect with all of your might? Then hold on and never let go! That's quite enough. Listen to that voice deep inside of you. Together, no wall can hold you back. And the same goes for the ones the Lord made you build inside your own hearts. You still hangin' in there, Dad? You saved me. Damn you. I've been such an idiot. My son... I need to... Now's not exactly the best time to catch up. There's still a lord in need of beating. Yeah. You're right about that. So you're the son, are you? Hmph. I thought I'd ordered for you to be relieved of your duties until all this was over. I'll see too if the person at fault is reprimanded appropriately. What? Oh, well. You've served your purpose more excellently than anyone could have hoped. Zephyr! If it isn't the infamous Alphen of Calaglia. And he's joined by his fellow conspirators, the likes of Traitor and Adanan Witch. They're not conspirators. They're friends. And they're not alone. Ah! Oh, Menik! You've finally made it! Your reign is over right now! You hear me, Cannabelt? The Master Corps is acting up. What is it? Menik? Hmph. I was hoping to drag this out a little longer. But that's a Master Corps. What? No! Dad! So the Master Corps react to each other, I see. How interesting. You can drop the act. It's over. All this time, it was really you? Every second. You stand before the Lord of Ciclodia, Cannabelt Valkyris in the flesh. You mean, a Renan Lord's been leading the Danan Resistance? You're not the only one skilled in the art of deception, you know. A mere side vocation in my own case, but sufficient in bringing a blazing sword of Calaglia to my doorstep. Me? All of this was just to get to me?! Alvin! Zephyr is- Dead! Dead! That's a special poison. Ordinary healing arts will do you no good. I wouldn't fret about it, friends. You'll all be dead soon enough. Oh, what a surprise! We need to hurry! Otherwise he'll- We're not getting out of here without a fight! No! No! Alvin! Zephyr! 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 It's over! More where that came from! Time to let it rip! Oh, oh, what? What? Beyblade? Overlimit. As you take damage and execute perfect evasions. Okay, that doesn't nie passieren bei mir. You will enter overlimit status for a set period. During it, odds cost no AG to use, and enemy attacks will interrupt them. Be warned, however, enemies can also enter overlimit status as well. Okay. Mystic Arts. While in overlimit, after landing an ART, press and hold two of the following buttons to activate your character's powerful mystic arts. That's okay, I'm infect all of this off B. Once used, your character will no longer be in overlimit status. Take this! Moll him down! Okay. Double demon fangs! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Blah, blah, blah! Ah, that didn't even have to eat. Ha! Here I come! You're finished! Dammit! They got us outgunned. And all while we're on the defensive. Dad! Dad, come on! Stay with me! Hmph. All this trouble to buy yourself a few extra seconds before you die. You bastard! They fled. They'll be back though. Draw up a welcome party. We'll be ready when they return. D-did we lose them? Looks like it for now. Come on. Even if we did lose them, they'll be after us soon enough. Besides, we have Zephyr to worry about. The sooner we get back to the safe house, the better. Zephyr! Let's get to the safe house, quick. We'll get back to the safe house. Huh? What the hell? We didn't want to get back to the safe house. We didn't want to get back to the safe house, you know? We didn't want to get back. The safe house, the safe house, the safe house. The safe house is to be donced. Please, open your eyes! I'm sorry. I can't stop the poison's advance. Thank you. Zephyr! The struggle's in your hands now. Are you there, my son? Yeah, I'm here. I'm here, Dad. Please, just... We can't see you. Are you there? I've always... Mom... Dad... This can't be... No, it can't. We never... I didn't... And... Now he's gone... No! 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 I had a feeling we might have a rat among us. But to be medic of all people... So what do we... Do now? I'm going... Law... That bastard Gannibelt will pay! You have to know that Gannibelt will be expecting us. This is all an obvious trap! I don't give a damn if it is! There's no way I'm letting that bastard get away with this! He's right, you know. Gannibelt... Mess with the wrong people. Alphen, you can't just... Weren't you the one who said you wanted to take on the Lords? Or would you rather go back to Calaglia? I won't allow you to put words in my mouth. All I'm saying is we shouldn't rush things. I don't need any of you coming along. This score is mine to settle. You're not the only one who wants to avenge Zephyr's death. He's right. Besides, if we don't take him on right now, we may never get another opportunity. If you're going, that means you're going to need the Blazing Sword. If we do this, we can't afford to make any mistakes. Are you really sure? You can ask us again after we've defeated the Lord. Please, allow me to help you as well. Think of it as an apology for getting you into this whole mess. It's the least I can do. Feel free to use anything in here you might need. Aren't you worried about getting ambushed? Impossible. I built this hideout with my own two hands. Menek. No Ganabelt doesn't know it exists. Then let's go. Time to avenge Zephyr and free the realm's people. Okay, you befriended Law. Law's perk Awakening. When Law keeps attacking without getting staggered by any enemy attacks, his concentration builds, rising his attack and elemental attack. This awakened state wears off upon being staggered or failing to land any hits for a certain period. Shield Buster. I forgot to mention this before, but any enemies we go up against with real hard defenses, you just leave them to me. Hard defenses? You mean like enemies with shields and things like that? Shields, shells, armor, whatever. When you attack those kinds of enemies from the front, your blows mostly get blocked, right? Sure. So you're saying you have a counter? It's nothing fancy. Let's just say I have a knack for busting open tough, sturdy stuff. It's hard to explain, but I focus my energy and then hit a specific point with everything I've got. If I do it right, their defenses come crumbling down. Really? But without Astral Arts, how could you possibly- If he says he can do it, then he can do it. We can trust him. Thanks, Alphen. Although, between you and me, right now there's nothing I want to bash in more than Gannibal's stupid, smug face. I think you'll get your chance soon enough, Law. Multiplayer-Modus-Möglichkeiten hatten. Normalerweise haben viele Fear-Optionen. Hmm. Müssen wir mal beobachten, wie das genau aussieht. Ne, bis hier irgendwas Interessantes schon, was wir anmerken könnten. Er hat bisher einen Mournful Sun und Snake-Eye Turncoat. Flurry of Rapid Diving Kicks. Restore AG, wenn critical hits are dealt. Oh, nicht falsch. Awakening Burst. Adds an additional Awakening Step. If the requirements for Awakening are met a second time, it raises even further. Okay. Restore upon... Ja. Bin einfach mal so frei und geh sofort dahin. So, als nächstes gucken wir mal. Boost Attack 3. Armored Enemies Broken. 40 Meals Cooked 7. Und Leg Strike Proficiency. Whatever that means. Wollen wir mal ganz kurz sehen. Hat noch mal so einiges herumliegen. Können natürlich auch mal überlegen, ob man irgendwas vervollständigt. Aber Elemental Defense plus 10 ist nicht allzu toll. Weil ich so ein bisschen das Gefühl, dass das keine Sache ist, die man ernsthaft verfolgen sollte. Ja. So, hier irgendwas Interessantes. AG Restore upon Enemy Defeat. Ja, wäre das aber nicht so schweineteuer. Da ist auch das Problem, dass ich z.B. bin nicht in Mid-Air allzu sehr unterwegs. Hm. Das ist nicht einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Ähm. Wir werden vermutlich für heute nicht mehr allzu viel machen können. Oder wollen. Wir haben volle Stats. So wurden wir also automatisch schon geheilt. Er ist auch Level 16. Hängt zwar so ein bisschen den anderen beiden hinterher. Oder zwei von denen. Aber ansonsten gibt's da eigentlich nicht zu viel meckern. Okay. Und hier nochmal ganz schnell gucken. Battle atop the tower. Ja. Poisoned blade. The whole ordeal it appears was a trap to lure off and out into the open. Stricken with grief, the party bands together. To head into the reviled prison tower. Warum würde der in einem prison tower herumhängen? Oder ist das einfach das Ding in der Mitte? Ich würde davon aus, dass es einfach das Ding in der Mitte sein. Okay. Ich gehe mal ganz kurz umknallen. Jetzt müssen wir hier schon mal raus. Und zwar eigentlich nur in erster Linie, um zu gucken, ob sich schon weiter Sachen jetzt hier öffnen. After all that. How can these people carry on like nothing happened? Didn't Zephyrs words reach anyone in that whole crowd? The snake eyes could be anywhere. People are scared of being reported. So they can't do Jack. And speaking from experience. When you spend so much of your life as a slave, you stop even thinking of standing up and fighting. Kalaglia had a lot of people like that. Well these people are in no position to demand anything anyway. When they've lost the will to fight and need others to protect them. These people have had a hard enough time just keeping the fires lit. No one wants to sacrifice their life without good cause. It is what it is. Once Gannabelt is out of the picture, things in Ciclody are sure to change. Yeah. I hope so. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Und wir werden wieder zurückkehren. Mich hier nochmal ganz großflächig umgucken. Das Quest abschließen. Und mal gucken vielleicht ein. Maximal denke ich 2 Level Absalom hinzufügen. Aber damit wir für was auch immer dann in der Zukunft kommt vorbereitet sind. Gerade wenn man sich nochmal an den Bosskampf zurück erinnert. Der war schon durchaus knackig und ich denke das liegt hier unbedingt daran, dass der Gegner ultra stark war. Aber gut vorbereitet zu sein scheint mir nicht unbedingt zu schaden. Ich bedanke mich für heute mal wieder fürs Einschalten. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.